Hörst du als Freelancer von deinen Kunden oft, das ist doch viel zu teuer für das, was du da tust? Und bist du mit deinem Stundensatz und deiner Tagesgage, die du bekommst, wirklich zufrieden? Dann schauen wir uns jetzt gemeinsam an, ob du mit deinen Preisen wirklich viel zu teuer bist oder ob du in Wahrheit deutlich weniger verdienst als in deiner Festanstellung. Du bist grundsätzlich erstmal immer viel zu teuer, auch wenn das nicht stimmt und du in Wahrheit schon viel günstiger bist als deine Kollegen oder deine Konkurrenz. Deshalb gebe ich dir jetzt ein paar einfache Faustregeln mit an die Hand, mit denen du in jeder Preisverhandlung schneller entscheiden kannst, ob dein Kunde dich nur weiter im Preis drücken will oder ob du vielleicht doch wirklich viel zu teuer bist. Also, auf geht's! Schauen wir uns an, ob du mit deinem freiberuflichen Stunden- oder Tagessatz weniger oder mehr verdienst als zum Beispiel der durchschnittliche Nettolohn in Deutschland. Der betrug im Jahr 2019 laut der Statistik 2079 Euro. Wie gesagt, netto, das ist der Betrag, den ein Arbeitnehmer nach allen Abzügen auf sein Konto überwiesen bekommt. Beginnen wir mit den Stundensätzen. Wenn du hingegen wissen willst, wo dein Tagessatz im Vergleich dazu liegt, dann spring im Video bitte vor zum entsprechenden Kapitel. Die Sprungmarke findest du in der Videobeschreibung. Also, wenn du jetzt einen Stundensatz von 50 Euro netto ohne Mehrwertsteuer, ganz wichtig, verdienst und aktuell eine Jahresauslastung von ca. 50% hast, also sagen wir mal 80 Stunden pro Monat, abrechnen kannst, dann verdienst du ungefähr etwa so viel wie ein Angestellter, der ein Nettogehalt von ca. 1.330 Euro pro Monat ausbezahlt bekommt. Wichtig, das hier sind grobe Erfahrungswerte aus der Praxis. Dieser Rechner ersetzt keine unternehmerische Vollkalkulation. Du musst als Freiberufler zwingend deine Preise selbst kalkulieren, um davon auch ohne finanziellen Krisenstress oder Existenzängste leben zu können. Da ist es auch egal, auf welcher Webseite du dir irgendwelche Empfehlungen von Tagessätzen und Stundensätzen zusammensuchst, weil heute geht es explizit darum, dass du deinen aktuellen Verdienst schnell und richtig einordnen kannst, um zu entscheiden, ob und in welche Richtung du deine Preise anpassen musst. So, weiter. Das durchschnittliche Nettogehalt in Deutschland betrug 2019, wie gesagt, 2.079 Euro netto. Und mit diesen Werten hier, 50 Euro Stundensatz und einer 50%igen Auslastung, verdienst du grob geschätzt nur knapp 64% davon. Die verschiedenen Szenarien, die ich dir jetzt nacheinander zeige, basieren auf den gesetzlichen Sozialversicherungswerten, damit du schnell einordnen kannst, wo du im Vergleich mit Festangestellten stehst. Also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflege, Arbeitslosenversicherung und ein Durchschnittswert für die Einkommenssteuer. Wenn du das selbst nachrechnest, wird dein Ergebnis hiervon unter Umständen abweichen, je nachdem, wie deine persönliche Situation, deine Kosten und dein Lebensstil gerade sind. Wenn du nicht weißt, wie du das genau nachrechnen sollst und wenn du bei der nächsten Krise entspannter bleiben willst als bei Corona, dann melde dich jetzt zu meinem umfassenden Trainingsprogramm speziell für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Freelancer an. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Wenn du hingegen mehr Jobs hast und auf eine dauerhafte Auslastung von 75% kommst, dann verdienst du mit 50 Euro pro Stunde in etwa so viel wie ein Angestellter mit einem Nettogehalt von ca. 2.000 Euro. Das entspricht in etwa ziemlich genau dem durchschnittlichen Nettolohn in Deutschland, nämlich 2.079 Euro. Mit einem Stundensatz unter 50 Euro. Sagen wir mal, du bekommst als Freelancer zum Beispiel nur 35 Euro pro Stunde, das ist einfach mal ein spontaner Wert. Dann verdienst du trotz einer 75%igen Auslastung nur noch so viel wie jemand, der ein Monatsgehalt von ca. 1.400 Euro netto bezieht. Damit liegst du fast 33% unter dem deutschen Durchschnittslohn. Okay, du arbeitest auf dem Papier auf 25% weniger, allerdings kannst du das nicht so rechnen, denn jeder Selbstständige hat auch Arbeitszellen, für die du niemandem eine Rechnung stellen kannst. Aber das weißt du selbst gut genug. Wenn jetzt wieder eine Krise wie Corona kommt und dir die Jobs wegbrechen und du plötzlich nur noch eine Auslastung von 50% im Monat hast und wie gesagt nicht mehr als 35 bis 40 Euro netto Stundensatz verdienst, dann stehst du bereits schon schlechter da als jemand, der ein Nettogehalt von nur 1.000 Euro bekommt. Das ist bereits weniger als der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 2020 von 9,35 Euro brutto bei einem normalen 40-Stunden-Job. Okay, du arbeitest ja auch nur die Hälfte, aber das muss ich jetzt nicht weiter kommentieren. Entscheide bitte selbst, was das für dich heißt. Ein gut gehendes Business mit nahezu Vollauslastung von 40 Stunden pro Woche zu 35 Euro netto Stundensatz bringt dir immerhin noch ungefähr 1.800 Euro netto ein. Damit hast du ca. 86% des Durchschnittslohns erreicht und verdienst unterm Strich knapp 50% mehr als ein Angestellter, der zu einem Mindestlohntarif arbeitet. Allerdings hast du als Freelancer im Gegensatz zum Angestellten alle vollen Risiken zu tragen, hast keine Sicherheit im Krankheitsfall, keinen 3-monatigen Kündigungsschutz, keine Absicherung, wenn einer deiner Kunden nicht zahlt und so weiter und so fort. Gehen wir mal nach oben, wie es sein sollte. Beispielsweise mit einem Stundensatz von 75 Euro netto und einer, sagen wir, auch 75%igen Auslastung. Das heißt 30 abgerechnet Stunden jede Woche, insgesamt 120 Stunden im Monat, das ganze Jahr durchgängig. Dann kommst du langsam an die 3.000 Euro netto im Monat heran und damit verdienst du ca. 44% mehr als der deutsche Durchschnittsarbeitnehmer im Jahr 2019 verdient hat. Also nochmal zur Wiederholung, die Auslastung bedeutet, das sind die abgerechneten Stunden, für die ein Kunde bei dir auch bezahlt hat. Ja, das sind nicht die Stunden eingerechnet, die du arbeitest über Verwaltung, Marketing, Werbung, Akquise, Fortbildung und so weiter, die du ja niemandem in Rechnung stellen kannst. So, jetzt übertragen wir das weiter auf Tagessätze. Starten wir mit einem Tagessatz von 500 Euro netto und einer Jahresauslastung von 50%. Damit kommst du schon auf ca. 1.660 Euro netto und immerhin schon auf knapp 80% des Durchschnittslohns von 2019. Also wieder zum Vergleich 2.079 Euro im Monat. Mit 350 Euro netto pro Tag sind es nur noch 56%, also in diesem Fall 1.166, also fast nur noch die Hälfte des deutschen Durchschnittslohns. Damit liegst du, wie vorhin gesehen, ziemlich genau auf dem Mindestlohnniveau bei 9,35 Euro brutto und einer 40-Stunden-Woche. Ich weiß, du sagst jetzt, hey, sorry, das stimmt so echt nicht. Ja, ich verdiene 350 Euro oder 400 Euro am Tag und ich lebe deutlich besser als mit einem Mindestlohnjob. Ja, das mag sein. Nein, allerdings fällt dann sicherlich irgendetwas aus der sozialen Absicherung bei dir hinten runter. Denn wir gehen heute davon aus, dass du dich als Selbstständiger prozentual im gleichem Maße sozial absicherst, wie es gesetzlich für einen Angestellten vorgeschrieben ist. Nur so können wir eine vergleichbare Rechnung heute hier durchführen. Aber wenn dir eine Krise, wie z.B. Corona oder irgendetwas anderes, von heute auf morgen deine kompletten Aufträge pulverisiert, dann bist du mit einem Tagessatz von 350 Euro ganz schnell dort, wo du als Selbstständiger definitiv nie sein solltest. Nämlich bei einem Umsatzeinbruch von 40-50% oder sogar mehr. Und wenn du ehrlich bist, da wolltest du vor Corona auch nie hin. Wenn du jetzt allerdings genau dort bist und das ziemlich unangenehm für dich ist, dann melde dich bitte bei mir und dann schauen wir ganz schnell, wie wir dich da wieder wegbekommen. Bei einer durchschnittlich guten Auslastung von 15 Tagen im Monat, also 3 Viertel bzw. 75%, sind es immerhin schon ca. 1.750 Euro netto, also schon fast 84% des allgemeinen Bundesdurchschnitts. Bei einer unrealistischen Vollauslastung und Vollgaseinsatz schaffst du es immerhin damit, 12% über den Durchschnitt von 2.079 Euro netto aus dem Jahr 2019 zu kommen. Allerdings muss dir hier klar sein, dass du das jeden Monat dann auch durchhalten musst. Jeden Monat 20 Tage verkaufen, ohne Pause, ohne Ausfall, ohne Unfall, ohne Krankheit, über 10 Jahre, über 20 Jahre, über 30 Jahre ohne Ausnahme. Ich persönlich kenne bislang niemanden, der das so lange kontinuierlich, ohne zeitweise Einbrüche geschafft hat und spätestens jetzt mit der Corona-Krise ist auch das hier vorbei. 3 Monate Ausfall und schon hast du über das Jahr gerechnet nur noch durchschnittlich 15 Tage im Monat und zack bist du bei nur noch ca. 84% und verdienst auf einen Schlag 16% weniger als der durchschnittliche Angestellte. Und das ohne Kurzarbeitergeld und Jobgarantie. Es gibt immer noch Branchen, in denen Freelancer am Tag weniger als 200 Euro pro Tag netto verlangen beziehungsweise auch nicht mehr verlangen können. Und wenn ich das exemplarisch hier mal durchspiele, dann landest du mit 200 Euro selbst bei einer Vollauslastung von 20 Tagen jeden Monat voll ausgebucht, auch über 20 Jahre und so weiter, bei 64% des Durchschnitts und somit nur knapp 200 Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn. Daran solltest du schnellstmöglich etwas ändern, wenn du aus dieser Spirale herauskommen möchtest. Und wenn dann auch noch die Auslastung ohne Corona auf 75% um ein Viertel einbricht, dann sind es ganz schnell nur noch 48%. Also das heißt weniger als die Hälfte des Durchschnittsverdienstes. Das ist sogar weniger als der Mindestlohn. Und das kann ganz schnell passieren, wenn irgendwo ein Auftrag wegbricht oder ein Kunde pleite geht oder, oder, oder. Dann ist ganz schnell mal ein Viertel deines Jahresumsatzes erstmal vorbei. Was passiert jetzt, wenn zusätzlich durch Corona noch mehr deiner Aufträge unvorhergesehen wegbrechen und ich jetzt hier mal 50% nur noch eintrage, dann landest du bei knapp 32%. Das heißt, du verdienst dann nur noch knapp ein Drittel des durchschnittlichen Verdienstes in Deutschland. Das sind fast 70% weniger. Und über den Mindestlohn oder Hartz IV muss ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht weiter reden. Und weil das alles noch nicht reicht, hast du zusätzlich noch alle Nachteile einer Selbstständigkeit. An dieser Stelle noch ein Hinweis, das ist nur eine ganz grobe Schätzung, damit du ein ungefähres Gefühl dafür bekommst. Bei derart niedrigem Einkommen sinkt die Steuerlast überproportional. Und um ein genaues Ergebnis zu erhalten, musst du natürlich selbst eine umfassende Kalkulation vornehmen. Wie das geht, erfährst du am Ende dieses Videos. Und meine persönliche Meinung dazu ist, bitte tu es für dich und hör auf, mit einem solchen Geschäftsmodell von 200 Euro Tagessatz oder in diesem Bereich, hör auf, dich damit weiter zu verschulden. Das ist ganz, ganz riskant. Und such dir bitte irgendeine Festanstellung oder andere Jobs, weil jede Festanstellung ist besser bezahlt als ein Geschäftsmodell, wo du 200 Euro netto am Tag verlangst. Ändern wir es jetzt so, wie es optimal eigentlich aussehen müsste. Und jetzt tragen wir mal hier einen Tagessatz von über 700 Euro ein. Sagen wir mal 750 und dann landest du bei einer normalen Dreiviertelauslastung, 75%. Das heißt, jeden Monat 15 Tage Job gebucht und 5 Tage kein Auftrag. Dann landest du, je nachdem, wie dein Kostenapparat aussieht, bei ca. 3.750 Euro. Ja, roundabout 100, 200, 300 Euro rauf oder runter ist dann nicht mehr so wichtig. Damit liegst du zwar 80% schon über dem Durchschnittslohn, aber auch ziemlich genau bei den durchschnittlichen Konsumausgaben einer Familie mit Kindern in Deutschland aus dem Jahr 2018. Das reicht also auf jeden Fall, um damit als Alleinverdiener oder auch als Alleinverdienerin eine Familie mit ein, zwei oder sogar drei Kindern problemlos ernähren zu können. Wenn dein Partner oder deine Partnerin auch dann noch mitverdient, sollte es gar kein Problem sein und ich sage jetzt mal, ein durchschnittlich normales Leben in Deutschland zu führen. Also entscheide bitte jetzt selbst, wo du dich mit deinen aktuellen Stunden und Tagessätzen einordnest und dann weißt du auch sofort, ob du mit deinen aktuellen Preisen wirklich viel zu teuer bist oder ob vielleicht nicht doch andere Leute auf deine Kosten leben. Ich weiß, das ging jetzt alles sehr schnell und wenn du das gerne selber nochmal nachrechnen möchtest mit deinen eigenen Zahlen und auch mit diesem Rechner, dann melde dich zu meinem Videotraining an und dann entstellen wir gemeinsam deinen kompletten Businessplan, deine ideale Preisstruktur für deine Selbstständigkeit, damit du in Zukunft sicherer gegenüber deinen Kunden auftrittst, bessere Preise verhandelst und deine Selbstständigkeit krisenfest, nachhaltig und vor allem solide wird. Das sind keine leeren Versprechungen, das ist das, um das du nicht herumkommst, wenn du als Selbstständiger ruhiger schlafen willst und weil ich selbst sehr genau weiß, wie leicht man dieses Thema immer wieder vor sich her schiebt, deswegen helfe ich dir und wir packen es gemeinsam an, damit du dir eben nicht mehr ständig Gedanken machen musst, wie du deine Miete bezahlen sollst und was du sonst noch alles so brauchst und wie du nächsten Monat das alles ganz entspannt auch decken kannst, vor allem auch in den nächsten Jahren. Wenn du bereits Kinder hast, dann solltest du spätestens jetzt damit anfangen, dich diesem Thema intensiver zu widmen. Der Online-Rechner hier sowie drei weitere Rechner und umfangreiche Kalkulationsformulare stehen dir nach der Anmeldung im internen Mitgliederbereich zur Verfügung, zusammen mit über 50 Videos, verschiedenen Anleitungen und wertvollen Tipps aus der Praxis. Und wenn du noch weitere Hilfe benötigst, dann stehe ich dir sehr gerne per Videomeeting für weitere Strategieberatungen zur Verfügung. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, du kannst mit diesem Video deine Preise jetzt besser einordnen und weißt auch in der nächsten Verhandlung sofort, wo du stehst und dass du definitiv nicht zu teuer bist, sondern wahrscheinlich eher sogar viel günstiger, als wenn ein Kunde dich festanstellen würde. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du bisher leider nicht so angemessen bezahlt wirst, wie es du dir vorgestellt hast, dann kalkuliere bitte unbedingt deine Tages- und Stundensätze neu. Vergiss nicht, den Kanal noch zu abonnieren, damit du sofort eine Nachricht bekommst, wenn es wieder neue Informationen für dich gibt. Also bis dahin in diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.